Was ist das Lehrangebot Digital Kompetenz Plus? Man kann dort rein digital teilnehmen und es ist maximal flexibel. Man sieht dort einmal die verschiedenen Kurse, die es gibt in der Uni Gießen, mit einem Bild illustriert und mit einer Farbkodierung. Ihr könnt es sich auch benoten lassen, wenn ihr das braucht, zum Beispiel, falls ihr es einbringen wollt, bei euch im Studiengang und bekommt entsprechend dann ein Zertifikat ausgehängt, das in die digitalen Kompetenzen abgeschlossen wird. Wenn ihr euch jetzt anschauen möchtet, sind wir QR-Codes, wo ihr nochmal auf die Webseite kommt von DigiCom Plus, wo alle Informationen gebündelt sind. Vielen Dank.